Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Headman Software. Informierten Sie sich über nütliche Änderungen an der Registrierung im Betriebssystem Windows 11? Wie Sie die Registrierung sicher und effektiv ändern können? Freunde, wenn Sie geloschte Daten wiederherstellen oder einen geloschten Internetbrowser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Headman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, vor der Installation des Systems, über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Die Windows-Registrierung ist ein leistungsstarkes Tool, das wichtige Systemeinstellungen speichert. Auch wenn sie vielen Benutzer komplex und verfügbar erscheinen kann, kann die Nutzung ihrer Funktionen erhebliche Vorteile bringen. In folgenden Videos sehen wir uns einige Optimierungen an, mit denen sich das Betriebssystem Windows 11 verbessern und verfachen lässt und wie man sie sicher durchführt. Eingriffe in der Registrierung können Schäden in Windows verursachen. Es wird empfohlen, die Einwanderung genau zu befolgen und keine Änderungen vorzunehmen, wenn sie sich nicht sicher sind, was sie tun sollen. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Registrierung beginnen, sollten Sie aus Sicherheitsgründen einen Windows-Wiederstellen-Gespunkt erstellen. Für den Fall, dass die Änderung der Registrierung Probleme mit Ihrem Computer verursacht, können Sie ihn schnell für eine Sicherungskopie in einen funktionierenden Zustand zurückversetzen. Um einen Wiederstellungspunkt zu erstellen, öffnen Sie das Ausführungsfenster, klicken Sie mit der rechten Most-Taste auf das Startmenü, ausführen oder wählen Sie die Tastenkombinationen Win plus R. Geben Sie hier SISDM.CPL ein, Enter. Öffnen Sie dann die Registrierungskarte Systemschutz, markieren Sie den Systemdaten-Träger und klicken Sie auf Konfigurieren. Aktivieren Sie dann das Kontrollkettchen, neben Systemschutz aktivieren, OK. Sobald der Schutz aktiviert ist, wird die Option zum Erstellen eines Wiedererstellungspunktes aktiv. Klicken Sie auf diese Registrierungskarte, auf Erstellen. Geben Sie den Namen des Kontrollpunkts an und klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie fertig sind, haben Sie eine Sicherungskopie Ihres Systemes, zu der Sie bei Problemen zurückkehren können. Eine der gefragtesten und beliebtesten Registrierungsänderungen für Windows 11 ist die Wiedererstellung des alten Kontextmenüs, wie es in Windows 10 war. Starten Sie dazu die Register, klicken Sie auf Startmenü, ausführen, geben Sie Regedit ein, Enter. In dem sich öffnen Registrierungsfenster geben Sie zu diesem Pfad. Klicken Sie anschließend mit der Rechnemaus-Taste auf den Ordner CRS1D Neue Schlüssel. Ähneln Sie den Namen. Dann müssen Sie in diesem Ordner einen weiteren Schlüssel mit demselben Namen erstellen. Weiter. Öffnen Sie die Standarddatei. Es ist nicht notwendig, hier einen Wert einzugeben und klicken Sie zum Speichern auf OK. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, können Sie mit einem Rechtsklick auf dem Desktop die allbekannte Version des Kontextmenüs ausrufen. Die nächsten Änderungen beziehen sich auf das Startmenü. Wie Sie feststellen werden, ist das Bing-Suchfeld im Menü erschienen und jedes Mal, wenn Sie eine lokale Suche auf Ihrem Computer verwenden, erhalten Sie auch Ergebnisse von Bing. Sie können es mit einer kleinen, endrückenden Registrierung entfernen. Gehen Sie dazu folgenden Pfad. Klicken Sie mit der Rechnemaus-Taste auf den Ordner Windows Neuen Schlüssel. Ändern Sie seinen Namen in Explorer. Danach müssen Sie in diesem Ordner einen neuen Parameter erstellen. Weisen Sie ihm den Namen und setzen Sie den Parameter 1 OK. Nach dem Neustart des Systems oder einfach nach dem Neustart des Windows Explorer wird die Suchfunktion aus dem Startmenü veröffentlicht. Um den Explorer neu zu starten, öffnen Sie den Taskmanager. Klicken Sie mit der Rechnemaus-Taste auf Startmenü, Taskmanager. Hier suchen Sie nach Windows Explorer. Oben rechts, Aufgabe Neue starten. Nachdem Sie das Startmenü geöffnet und auf Suchen geklickt haben, werden Sie sehen, dass Bing deaktiviert wurde. Eine weitere Bearbeitung im Zusammenhang mit dem Kontextmenü ist das Hinzufügen einer belieblichen Anwendung zu diesem Menü. Wenn Sie ein bestimmtes Programm häufig verwenden, können Sie es dem Kontextmenü von Windows 11 hinzufügen, indem Sie die Registrierung der Einfachheit halber ein wenig ändern. Rufen Sie dazu den folgenden Pfad auf. Hier im Schnellordner müssen Sie einen neuen Schlüssel mit dem Namen des Programms erstellen. Ich werde Ihnen ein Beispiel für die Registrierung zeigen. Ich werde eine Verkünftung hinzufügen, um die Registrierung im Kontextmenü zu starten. Ich werde den Orden Regated nennen. In dem ersten Orden Regated müssen wir einen Unterordner mit dem Namen Command hinzufügen. Nun müssen wir den Pfad finden, in dem sich die Dateien zum Ausführen der Registrierung befinden. Öffnen Sie den Expoller Mein Computer, Laufwerk C, Windows. Hier suchen wir die extra Datei, der Registrier. Klicken mit der Rechnenmaustaste darauf und wählen als Pfad kopieren. Dann gehen Sie zurück zu Registrierung. Öffnen Sie die Dateien-Standard und fügen Sie in dieser Zeile den kopierten Pfad zur Datei ein. Klicken Sie auf OK. Schließen Sie dann die Registrierung. Wenn Sie nun mit der Rechnenmaustaste klicken, sehen Sie im Kontextmenü die hinzugefügte Verkünftung zum Ausführen der Registrierung. Sie können also jedes beliebige Programm über dieses Menü starten. Die folgenden Änderungen gelten für die automatische Systemaktualisierung. Wenn Sie nicht möchten, dass das System automatisch aktualisiert wird, können Sie dies über die Registrierung festlegen. Um die Änderungen vorzunehmen, geben Sie zu diesem Pfad. Erstellen Sie hier einen neuen Schlüssel und nennen Sie ihn Windows Update. Erstellen Sie dann in diesem Order einen weiteren Schlüssel mit demselben Namen AU. Allnächstes müssen Sie einen neuen Parameter erstellen, Word 230-Bits, und weisen Sie den Namen NoAutoUpdate und setzen Sie den Wert 1. Danach wird das System nicht mehr automatisch aktualisiert. Wenn Sie das System aktualisieren müssen, müssen Sie das Update manuell herunterladen und installieren. Allnächstes wollten wir OneDrive aus dem Expolyer entfernen. Geben Sie ihn dazu zu diesem Pfad und ändern Sie den Parameter System. Weisen Sie ihm einen Wert von 0 zu. Danach wird es keine Verschufung mehr geben, OneDrive im Expolyer. Sie können auch die Registrierung bearbeiten, um den Sperrbildschirm von Windows 11 zu deaktivieren. Wenn Sie keine Passwörter verwenden und diesen Bildschirm im Editor nicht benötigen, gehen Sie zu diesem Pfad. Erstellen Sie einen neuen Schlüssel mit dem Namen Personalisierung. Erstellen Sie dann einen neuen Parameter, der Word 32-Bit, NoLock Screen, und weisen Sie ihm den Wert 1 zu. Das ist alles. Der Sperrbildschirm ist deaktiviert. Um ihn wieder einzuschalten, löschen Sie einfach diesen Parameter oder setzen Sie den Wert auf 0. Windows 11 hat einige der gänstigsten Elemente, der Windows-Benutzer-Überfläche drastisch verändern. Kontextmenü, Startmenü, Tagsleise, Einstellungen, sowie Aktions- und Benachrichtungscenter. Wenn Sie keine Benachrichtungen mehr erhalten möchten, können Sie diese über Registrierung vollständig deaktivieren. Navigieren Sie zu diesem Pfad, erstellen Sie hier einen neuen der Word 32-Bit-Parameter namens Disable Notification und weisen Sie ihm den Wert 1 zu. Gehen Sie dann zum folgenden Pfad und hier erstellen Sie denselben Parameter namens Disable Notification Center und setzen Sie ihn auf 1. Danach wird die Benachrichtungszentrale deaktiviert. Wie Sie also sehen, kann die Änderung der Registrierungseinstellungen die Nutzung Ihres Betriebssystems erheblich verbessern, indem zusätzliche Funktionen bereitgestellt und verschiedene Probleme gelöscht werden. Denken Sie jedoch daran, dass Sie bei Änderungen an der Registrierung äußerst vorsichtig sein sollten, da jeder unbedachte Schritt zu einer Fallfunktion des Systems führen kann. Befolgen Sie die Einwanderung genau und vergessen Sie nicht, Sicherungskopie zu erstellen, um im Falle eines Fällers den ursprünglichen Zustand des Systems wiederherstellen zu können. Und das war. Ich hoffe, dieses Video war nötig für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Heldman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für Zuschauen. Auf Wiedersehen.